Okay. Dann gucken wir, was hier uns erwartet. Hoch, aufpassen. Okay, jetzt sind wir ein bisschen höher. Oh, shit. Oh, geschafft. Easy. Und... Ja, kein Problem. Okay, nach oben geht's nicht. Oh, ja, geschafft. Ja, kein Problem. Oh, ja, das ist so. Oh, ja, das ist so. Okay, wo sind wir jetzt? Wow. Okay. Okay, es ist windig. Okay. Oh, ja, das ist so. Ja. Okay. Ja, das ist so. Okay, wir warten, bis der Wind vorbei ist, bevor wir wieder runterfahren. Warte, schnell, 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 komm. Geh hier warten. Und schau durch. Schaut. Alter, ist das Windig schon. Geh auch den Nächsten. Los. Nice. Jetzt, schnell, 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 schnell. Und stehen bleiben. Jetzt, komm. Jetzt müssen wir schnell durch. Schnell, 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 schnell. Oh, geschafft. Ja, wow. Das könnte der Schrein von Cha'Ak sein. Ach, du Scheiße, Mann. Komm. Das schaffe ich doch easy. Wow. Das war sehr knapp. Zum Glück. Oh, das war sehr knapp. Cha'Ak, einmal festmachen. Ein bisschen Windschuss. Ein bisschen Windschuss. Magst du das nicht noch? Und los. Und los. Oh, das ist ein Windschuss. Oh, das ist ein Windschuss. Das ist ein Windschuss. Danke für's. Und die Windschuss hier. Ich hoffe, das reicht. Dann trebe ich die nächste. Los. Wen? Wen bist du verarschen? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Alter, das war ja, das war richtig knapp, man. Das hätte schief gehen können, man. Oh, nee. Scheiß flimmend. Oh, geschafft. Oh, nee. Oh, nee. Oh, das ist jetzt etwas komplizierter. Okay, okay. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Okay, okay. Okay, hab's verstanden. Okay, okay. Jetzt weiß ich glaube ich wie, jetzt weiß ich glaube ich wie. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Schöp. Einfach Pfeifett, Alter. Gar kein Problem. Boah, endlich ein bisschen windstiller. Dann hat Amaru ihn schon. Er würde nicht riskieren, ihn in die Stadt zurückzubringen. Er muss noch tiefer im Berginneren sein. Okay, ich suche danach. Die Ehrenschöpfer, spüren sie den Schild auf. Alles klar. Ritualbuch. Ein Buch. Es ist uralt. Verstanden. Der Schildständer. Noch ein Warnschild. Warnschild. Ja, lesen kann ich auch nicht mehr. Stimme verliere ich auch langsam. Gar kein Problem. Tausend Augen. Überlebensinstinkte. Bleibt aktiv, wenn sie sich im Baumkronen oder mit Vegetation bewachsenen Wänden bewegen. Alles klar. Danke für die Information. Alle offen. Heilige Scheiße! Oh! Alter! Digga, w- Was geht denn jetzt ab? Das war sehr knapp, Mann. Ja. Okay, runter. Gar kein Problem. Oh! Das war einfach alles kaputt. Wiu! Aufpassen, Mann. Oh! Fast gestorben, Mann. Alles fällt zusammen, Mann. Aber wenigstens ist der Wind jetzt weg, Alter. Oh, nein. Oh, nein. Was ist denn da unten? Danke für nichts. Danke für nichts. Danke. Schön, Heilung mitnehmen. Nein. Oh. Was, was, jeden, 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 jeden. Der Pfad von Hurkan wurde von den Fremden hier. Das ist nur eine Frage. Okay. Scheiß, Mann. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Schnellpfeile herstellen. Ach, du Scheiße. Ich weiß, dass es nicht praktisch ist. Ich weiß, dass es schwer zu glauben ist. Du wirst nicht wissen, dass du all das gemacht hast, Lara! You need to trust me. We have to trust each other.